15 Menschen sterben bei Explosion in Sri Lanka. Nach den schweren Anschlägen in Sri Lanka detoniert bei einer Antiterror-Razia eine Bombe. Bei Erstürmung des Hauses machen die Soldaten einen grausamen Fund. Kurz darauf spüren sie ein weiteres Versteck von mutmaßlichen Terroristen auf und treffen auch dort auf Widerstand. Wenige Tage nach den Selbstmordanschlägen mit mehr als 250 Toten sind in Sri Lanka 15 weitere Menschen bei einem Feuergefecht in dem 370 Kilometer östlich von Kolombo gelegenen Nordsamanturai ums Leben gekommen. Zuvor lieferten sich an der Ostküste des Inselstaates Soldaten einen Schusswechsel mit mutmaßlichen Islamisten. Das Gebäude in Samanturai sollte im Zuge einer Antiterror-Razia gestürmt werden, als es nach Aussagen eines Polizeisprechers zu mindestens drei Detonationen kam. Unter den Toten sind demnach sechs Kinder. Wir haben das Gebäude durchsucht und 15 Leichen gefunden, zwölf davon in dem Haus und drei davor, sagte der Sprecher. Ein Kind und eine Frau seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei vermute, dass die Detonationen auf einen oder mehrere Selbstmordattentäter zurückgehen. In dem Gebäude sollen radikale Islamisten vor den Anschlägen ein Video gedreht haben, in dem sie dem Anführer der Terrororganisation Islamischer Staat Komma Abu Bakr al-Baghdadi, die Treue schworen. Bei der Razzia wurden unter anderem 150 Stangendynamit und eine Wiesflagge sichergestellt. Soldaten lieferten sich nach Armeeangaben in der Gegend außerdem einen Schusswechsel mit mehreren Extremisten. Zivilist stirbt in Schusswechsel. Bei einer weiteren Razzia in der Stadt Kalmunei im Osten des Landes stürmten Sicherheitskräfte zudem ein Versteck von Is verbündeten, und töteten dabei mindestens vier mutmaßliche Extremisten. Bewaffnete Männer hätten bei der Erstürmung des Verstecks das Feuer auf die Sicherheitskräfte eröffnet, woraufhin es zum Schusswechsel gekommen sei, teilte die Armee mit. Als wir das Feuer erwiderten, wurden zwei Bewaffnete getötet, sagte Armeesprecher Sumit Atapatu. Auch ein in die Schusslinie geratener Zivilist wurde demnach getötet. Die Polizei teilte später mit, eine Begehung des Verstecks nach dem nächtlichen Einsatz habe gezeigt, dass insgesamt vier mutmaßliche Selbstmordattentäter getötet worden seien. Drei weitere konnten demnach verletzt entkommen. Die gemeinsame Aktion von Armee und Polizei erfolgte nach einem Hinweis, wonach sich die Verantwortlichen der verheerenden Anschläge vom Ostersong.